Wir haben 2018, dass die Leute dann immer noch die Fresse aufreißen, von wegen Hitler, Alter. Ich bin 86 geboren und nicht 45 oder sonst irgendwann. Ich habe mit dem Nationalsozialismus genauso viel zu tun, wie ich gerade irgendwie an meiner Muschi rumspiele. Ich habe nämlich keinen. Du hast keinen, wollte ich gerade sagen. Ja, also. Und genauso viel habe ich mit dem Nationalsozialismus zu tun. Ich kann nichts für die Verbrechen, die im Nationalsozialismus begangen wurden. Meine Fresse. Und dass wir als Deutsche, die überhaupt nichts damit noch zu tun haben, noch immer uns dafür verantworten müssen, weil irgendwelche kleinen Arschhochkinder nichts in ihrem Leben begriffen haben, Luki, liegen bleiben. Das regt mich... Das regt mich dezent auf. Sorry, Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde zu einer weiteren Geflicht in Runde. Let's play Counter-Strike Global Offensive. Ja, die letzte Episode lief richtig scheiße. Deswegen hauen wir jetzt hier ein Matchmaking auf der wunderbaren Map. Dwayne Rose mit dabei. Jesse und der Pyro. Hallo. Ja, was? Hi. Und als wäre dem nicht genug, haben wir zwei Welcomes dabei. Und wer die letzte Episode aufmerksam beobachtet hat, veröffentlicht, es sind genau die gleiche Wichser. Hallo, Team. Wie small. Ach, wir haben den Pizz... Hi. Der Pizzaboy, der uns serviert hat, ist jetzt bei uns im Team. Ich könnte kotzen. Oh mein Gott, Alter. Ich hab sowas von keinen Nerv auf hier rumgelabere hier. Scheiße, ey. So, ich bearte jetzt hier. Oh, lau nicht. Ich seh noch nicht mal den Baller-Schluck, die Bescheid da. Ja. Instant Headshot gefressen, das ist immer supergeil. Ja, ja. Nice. Hab ich den nicht in irgendeiner? Ah. Ich würde ja lachen, wenn das Ding dann hochgehen würde, ne? Das ist jetzt so geil. Oh Mann. Das war gut. Das war zu gut gerade irgendwie. Auf dem letzten Drücker auch noch geschafft. Goin. Ich hab jetzt original nur Go verstanden und mehr nicht mehr. Hab ich verstanden. Ja. Willst du jetzt auch gecampten oder was? Ja, immer bei dir. Geh doch weiter da. Los, zack, zack, zack. Nee. Genus. Boom, shakalaka. Oh, ho. Oh Mann. Kommt helle Freude bei auf wieder. Helle Freude. Yeah. Pizza Boy. Geil. Oh Mann. Der erste Kill. Matchmaking. Nice. Mann. Alles gut. Oh Gott, hab ich mich erschrocken, Junge. Oh Mann. Also ich glaube, Hex benutzt dieser Pizza Boy schon mal nicht. Aber ich glaube, der smurfed hart rein, Alter. Ja. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Fetter Pizza Boy. Der klingt sogar wie so ein Fettsack. So wie ein Fettsack kann klingen. Please act at my friend request, please. 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 No. I act. I act. I pay money for boost. Könnt ihr jetzt mal bitte die Bombe planten auf dem scheiß Wagen, dass ich sie auch sehen kann. Das wäre super sweet. Danke schön. Danke schön. Sorry. Da kommt der Zugang. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade darüber freuen soll Dass Pizzaboy bei uns jetzt mit im Team ist Oder Ob ich jetzt gerade rumkotzen soll, deswegen Ich würde kotzen Ja, schon ein bisschen, ne Guckt euch mal jetzt schon die Karte hier an 8, 3, 2, mehr muss ich nicht sagen B B, 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 B Oh, leck mich doch am Arsch, ey B, 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 B Sigh. Activating the bomb. Bomb has been planted. Hm. City. City. Green. Halt die Klappe, ich kenn mich nicht aus hier. City ist die Seite wo du hinschaust, genau. Good you, good you. Yeah. So. Autosniper Pyro, alter. Ey, was ist los mit dir? Please. Hm. Geil. Fuck. Pst. Bruchgang. Connector. Wo ist der? Wo? Connector hat er gemeint. Nee, das meinte ich nicht, sondern der, der mich abgeknallt hat. Den meine ich nicht. Den meine ich nicht. Sondern Luki. Mit dem Bild von Luke Skywalker. Wenn der echt in der anderen Sprache Luki heißt, ist Star Wars ja richtig mega gay dort. Genau der. Genau den meine ich. Pizzaboy und Stalker waren beide im letzten Matchmaking noch im Gegnerteam ey. Das System hatte Mitleid. Mit wem? Hat sie uns geschenkt. Was? Was soll ich mit solchen Leuten? Oh, sorry. Ampel. Lol. Was ist denn hier? Oh Gott! Mann! Luki! Fick dich! Oh! Nice one! Erste Mal im Vp-Wert und genau aufnahmestession, kann das sein? Uh! Ich hab keinen Bock auf Bombe. Hier, Pizzaboy. Gönn dir. Aber nicht unterwegs weg snacken. Oh Gott! 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 dann ist die noch nicht mal da geplättet wo ich was damit anfangen kann mann wer hat die bombe geplättet das ist dämlich ich hatte die beste position um das ding noch zu retten aber nein diese lachsnacken man ja irgendwo dazu blenden wo ich überhaupt nichts damit anfangen kann 0 bescheuert ja das so als würde ich mit einer riesen zielscheibe durch die gegend rennen ja komm trifft mich doch trifft mich doch warum habe ich sie jetzt leute bitte ja mann it's skywalker time ich will da rauf jetzt kannst du da oben die leiter hoch es ist so schön dass ich immer schön mit prietros versorgt werde das ist super super das war lustig und aber genau das kann man es wird sich nun wieder retten aber hey sollte ja oh mein gott typ das noch besser machen holt ihr euch die wissen genau dass wir Oh crap! Der ist ge... Wow! One train! Das sind beide 2 Idioten Puh! Finde ich geil, dass man in diesem Spiel einfach irgendwohin beamen kann Was soll beamen? So gesehen, der war zuerst dort und dann noch mal da Das ist ein Leck Ja, alter! Warum kriege ich die ganze Zeit die Stressbombe? Das war ich nicht Alter Falter Der ist über mich aufregend und dann geht er nicht LOL So viel zum Thema Ich reg mich weniger an meinen Videos auf Am Arsch! Ah Ah I'm planting the bomb Bomb has been planted Bomb has been planted die 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 sind ja zu wem sagst du das scheißegal gibt dem nicht irgendeine waffe wenn du dir eine waffe gekauft hast und selbst kein geld mehr hast so weit kommt es noch wir sind ja nicht mehr wünscht dir was und arbeiter wohlfahrt sind wir auch nicht nein ja wir werden das jetzt erzählen alter 54 in zwei leck mich doch am arsch die 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 Was ist das? Eine Bison, yeah, das bringt's voll Fuck Alles gut Flash Zeig's war Flash Oh Gott, Hilfe! Geh unter die Zwing-Fack Hinter der Kiste-Connector War er zumindest Fuck Terrorists win! So Ness, you suck dick ass Green sucker Deutsch Bitch Pizza, shut the fuck up, boy Play in your own rank, okay? Fucking Russian idiots, hey Fucking Schwaben Bitch Bust me Hitler kaputt Not my problem Yeah, it's... you are... you are from Germany It's not my problem Hitler died in 1945 Hitler kaputt Fucking Nazis Stalker Blockieren Pizzaboy Blockieren Zum kotzen solche Kiddies Das ist immer noch geil, ne? Wir haben 2018 Dass die Leute dann immer noch die Fresse aufreißen Von wegen Hitler, Alter Ich bin 86 geboren und nicht 45 oder sonst irgendwann Ich hab mit dem Nationalsozialismus Genauso viel zu tun, wie ich gerade irgendwie an meiner Muschie rumspiele Ich hab nämlich keinen Du hast keinen, wollte ich grad sagen Ja, also Genauso viel hab ich mit dem Nationalsozialismus zu tun Ich kann nichts für die Verbrechen, die im Nationalsozialismus begangen wurden Meine Fresse, und dass wir als Deutsche, die überhaupt nichts damit noch zu tun haben Noch immer uns, äh, dafür verantworten müssen Weil irgendwelche kleinen Arschhochkinder Nichts in ihrem Leben begriffen haben, Luki liegen bleiben Das regt mich Das regt mich dezent auf, okay? Oh, Hitler kaputt, Hitler kaputt Wen interessiert denn das? Was ist kaputt? Hitler kaputt, haben sie auch gesagt Es gibt sogar einen Film, der heißt so Aber was interessiert... Ja, aber was interessiert mich diese Scheiße Ey, Pyro Muti einfach, kommt eh nur Scheiße bei raus Guck dir den Pizzaboy an Ich werd den, glaub ich, auch mal reporten Sag ich ganz ehrlich, Alter Das ist doch nicht mehr normal hier Hab ich schon erledigt, schon lange Im vorigen Merch Oh Ähm Diesen Song Was? Was denn? Nix, 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 ich will nur witzig, was er sagt Wieso, was sagt er denn? Er soll seine dämliche Fresse halten Das Stalker Sag genau das, was du vorher gesagt hast Wegen dem Film Ah Einfach witzig, wie die das aussprechen Ja Russen-Deutscher leben, ne? Das ist B, by the way Wie ist es sogar belehnt Oh, Leute Ich weiß doch nicht, ob das ein Russe ist, keine Ahnung Achso, ich wollt den ja melden Der ist die Pole Ja, das macht es ja auch sehr viel besser, Alter Pole Teil von Polen, das sind eigentlich Wenn man schon mit Hitler anfängt, dann sind das Kann man noch weiter zurückgreifen, weil das sind nämlich Volksdeutsche Also soll er mal gefehlt seine dämliche Scheiß Fresse halten Bevor ich da hinkomme und ihnen in den Halskacke, man Oh! Wie mich solche Leute einfach nur aufregen, weißt du? Keine Ahnung vom Nationalsozialismus Geschweige denn Zweiten Weltkrieg oder sonst irgendwas Aber die Fresse aufreißen Das sind mir genau die Richtigen Alter Lachse Grenade out Ist geil, dass wir irgendwie hier alle rumpeln Ja, Bombe wurde bereits auf A gesehen Oh! Lappen Scheiße! Ich komm nicht dazu den Typen zu reporten, ne? Das ist unglaublich So, jetzt aber melden! Ähm Das ist in gewisser Weise Naja, Spielbehinderung ist es ja als solches nicht Fuck! Loki Geil Na, kommst du Stegen nicht hoch? Na, kommst du Stegen nicht hoch? Feste Finde Wider Oh Nicht ich Ich hab so keinen Nerv mehr hier Das ist Ah, ist halt Kinderkacke, was willst du Ja Ja, mute die doch einfach mal Seid doch mal so professionell Komm ich nicht dazu Erwachsen und reif genug, dass du die Scheiß Komm ich nicht dazu Fotzle einfach mute ist Hab genug damit zu tun, zu überleben Ja, und wenn du tob bist, mute die einfach Dann brauchst du dich nicht auf diesen Scheiß da konzentrieren Und konzentrierst dich vielleicht aufs Spiel mal ein bisschen mehr Dann haben wir das Problem nicht Oh, das könnte geil jetzt werden, Jess Oh, ich verkack's natürlich Nice Und Meg, wo ist das, wo ist das Wo ist das What the fuck Was Oh Alter, ich umfass ihn jetzt Ja, mute die jetzt bitte Ja Kein Bock, dass du jetzt hier in der Aufnahme die ganze Zeit auf solche Spruch denn reagierst mal ernsthaft Was hab ich gemacht Nice, dankeschön Dann können wir ja jetzt endlich gewinnen Nice Autosniper, ey Oh god Pyro Pyro, spielst du dich wieder Autosniper? Ja, danke Ja, dann weiß ich schon mal, wer in der nächsten Aufnahme nicht dabei ist Das Super schiss Sowas gegen unsere Prinzipien hier Autosniper, ey Ne Ich hab das Briefing nicht gelesen, sorry Du hast aber meine Videos gesehen Wow Alter Oh god Autosniper ist nur dann angesagt, wenn die anderen damit anfangen Ja Ja Okay Hm Woos Start Loll Deploying flashbangs. Bleing down smoke. Starting fire. Oh, man. Oh, man. We have to get the place. Move it, move it. Hast du dir ja schon wieder eine Autosniper geholt, oder was, ey? Ne, immer noch, glaube ich. Ne. Wir waren als komplettes Team tot. Also hat er sich wieder eine geholt. Alter. What the hell? Ziemlich uncool. Ist die. Warum? Ja, Alter. Er hätte sich besser um den Kümmern können. Ja, deswegen will ich mir Autosniver. Ja, das ist aber scheiße. Ganz einfach. Ja, aber ich halte jede Runde alleine den Basebot, weil kein Mate mir mal hilft. Wie soll ich denn sonst den Basebot halten? Ja, dann musst du es callen. Ja, dann muss ich es callen. Ich hab's nicht an. dann muss das kohlen gut ich gehe zu der b mit lass die auto fallen wäre auch jetzt ein wunder wenn er sich jetzt noch eine leisten könnte es auch bitte schau nicht dran schau nicht dran mann dieser typ regt mich auf unglaubliche scheiße ficklauch unglaublich ich kenne die karte ja das macht ja nichts wir spielen ja auch viel zu sehr und außerdem reiß ich gerade nichts ich reg mich viel zu sehr über diesen pizza woher auf das ist unglaublich weiß auch jetzt schon wieder sammeln aussieht genau alter ja der typ regt mich noch mehr auf dieser kinix wir sollten in der nächsten runde echo machen abgesehen vom pizza boy hat es keiner wirklich geld wenn mein plan aufgeht dann werden wir das ding 16 9 gewinnen was ein gutes resultat wäre ich habe nicht gemütet wenn es nicht an ich habe beide gemütet weil sie mir einfach hart auf den nüsse gehen das ist unglaublich die können mich aber trotzdem hören können sie auf den nüsse gehen nur du kannst du nicht wenn du sie möchtest eben hat mir auch schon mal gedacht ist es ist es kommen Das war ein netter Trick Ich habe mal ein bisschen Info gebraucht Einer City Oh Gott Last City Gut, 16-8 gewonnen Bei einer Teil-Eco Das ist traurig wie die anderen Liebe Freunde Von mir eine ganz beschlissene KD 12-18 muss ich sagen Ist jetzt nicht so Premium Aber wenn euch diese Folge gefallen hat Lasst es mich durch ein Däumchen nach oben wissen Was eigentlich heißt War von dieser Pizzaboy Zieht euch das rein Silber 4 Ist klar Ist klar Was ein Hurensohn Wenn euch die Folge gefallen hat Däumchen nach oben Wäre richtig Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei Diesen Kanal abonnieren Damit ihr nichts mehr verpasst Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit Und sage Schöne Mediö Und noch einen wunderschönen Tag Ciao Schöne Mediö 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 Schöne Mediö